Hallo, zurück zu Let's Play Long Dark und wir haben 10 Kilo Fleisch im Gepäck, deswegen müssen wir jetzt erstmal hier kurz mal ein bisschen was auf den, äh, auf den Grill legen. Geschmackloses Reh. Geschmacklose. Ähm, Garen. Ja, wie kann ich denn hier eigentlich? Ne, gehen nur zwei. Okay. Okay. Wo packen wir das Zeug denn hin? In den Kühlschrank, würde ich sagen. Ah, das ist auch noch was. Was ist denn die Sortierung? Hä, ach so, nach, nach Damage. Oh, okay. Ja, ähm, wieder einiges, ne? Vor allem die Tools, das ist halt dieses Gewehr, 4 Kilo, Leute. Alter, ver... So. Auf jeden Fall mache ich das jetzt mal hier rein. Trotzdem noch 37 Minuten. In der Zeit, würde ich sagen... Hm... Zwei Stoff. Hm, hä? 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 So. Ähm... Das will ich haben. Das will ich haben. Halt. Frische Rehaut. Da rein. Ist es bei Futter? Nein, es ist bei Crafting-Materialien. Ja, hier. Da. Hm. Ähm... Ich glaube, ich muss die auslegen, oder? Ich wundere, ob ich irgendeine von diesen Gewehr verbreite. Ja, ja, ich... Äh, ja. Lass mich mal so ein paar Fälle hier... Hängen... Welchen? Ähm... Ähm... Ablegen. Ein bisschen getrocknet. So. Ablegen. Ähm... Ähm... Ich kann nichts essen, jetzt. Untertitelung. BR 2018 Oh, das ist scheiße, das war zu viel. Ah. Ich habe nur eins gebraucht. Ich kann gar nicht so viel. Äh, schon wieder. So. Ah. So, die trocknen jetzt hier lustig vor sich hin. Nicht irgendwo aufhängen oder sowas? Ich lege es hin. Plegen. Plegen. So. Okay, danke. Ich würde es ihm ein bisschen gerne gucken. Was kann ich denn eigentlich da noch... Kann ich, was kann ich denn so craften irgendwie? Angebot? Ne, ja, Lackpolling. Du alter Lackpolling. Nicht schon welche? Nee, das ist echt nur Platz für zwei. Hm, die Rehaut trocknet langsam. Wo ist denn... Da oben ist der Abstütz über die Abstützstelle. Äh. Eieiei. Das ist ein ganz schönes Stück. Da werden wir jetzt morgen früh mal aufmachen. Aber ich muss echt noch überlegen, was ich denn hier alles ablege. Das ist jetzt mal die Abstände. So. Komm, läuft. Leute. Da gibt ja so ein Mikro. Rein. Da gibt er noch ein Stoff. Bleibt. Altholz bleibt. Auch, das brauche ich zum Zündeln. Seenot-Fackeln Machen wir zwei hier rein Ist auch schon wieder fast voll Ach nee, das ist ja die erste Okay, nee Ich sollte hier erst sowas hier essen Na, Gewicht bitte sortieren Kann er denn noch? 700 Gramm Äh, Gott, auch vorher machen das ein bisschen viel mittlerweile Ich hoffe ja, dass ich da ein bisschen was finde Ihr seid gekommen, das lass mal Ah, nehmen Nehmen Nee, aber ich esse jetzt das hier Essen voll Voll, 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 okay Ähm Das, das Will ich das hier mal so hinlegen? Okay Was soll ich denn? Okay Will ich die einzige Ecke verbaut? Ach, hier kann ich mich hinlegen Dann lege ich mir das hier hin So, wie viel spät ist denn? Geht so Machen wir mal acht Stunden Ja, das reicht nicht ganz Warte mal, ich kann mir doch Warum sollte ich eigentlich Nicht schlafen Ich mein Ich mein Man macht es Sinn Zu schlafen Irgendwie, äh Sich nur auszuruhen Ich bin nicht Ich komme Blast fünf Ah, wenn ich gut ausgerufen bin Ja, ist ja schön Dann würde ich sagen Irgendwas ablegen Kann ich keinen Schal anziehen? Warte mal Ah, das war's Tatsächlich keine Ja, Tatsache Aber, ähm Achso, das ist ja für Kopf Und da ich zwei Mützen anhabe Wie ist der so? Bloß nur fünf Vier Plus zwei Hm, naja gut Hm, 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 hm Jetzt klebt jetzt Rudel da Ja, gut Ah, es ist halt morgens Verschissen kalt Wäre ich ganz so glücklich Jetzt am morgens hinzugehen Aber wir probieren es trotzdem Das sind 5.000 Töpfe Und Lampen Und alles, was noch Anderes dran hängt Hm, das Viertel ist schon weg Aber ich bin nicht wirklich weit gekommen Cool Cool, wäre so eine Thermoskanne Oder sowas Wo sich ich einen heißen Tee Mitnehmen könnte Das wäre eine sehr schicke Sache Jupp Kalt ist denn das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Ja, nicht mehr Wollt Das? Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... ... ... ... ... Wow, hey. 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 Oh je. Ich hab mir eine Lampe eingepackt. Glaube nicht. Aber wir sollten die verwenden. Ja. Weil sonst... Ich glaube, niemand braucht das noch mehr. Hmm. Das ist natürlich auch sehr realistisch, dass ich hier durch eine brennende Fackel im Auto sitze. Das ist natürlich auch sehr gut. Das ist natürlich auch sehr gut. Ja, allerdings, da kann ich die Kofferäume aufbrechen. Ich wundere, dass ich schon nicht überladen bin. Oder wenn den Bonus noch. So. So, brennen, brennen. Okay. So, brennen, 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 brennen. Ein Hawken. Ich freue mich auf den Haken. So, brennen. So, was haben wir denn hier noch? Was ist die hier? Ah, die ist... Na dann. War ich damit? So, ähm, Werkzeuge, Funktionen, Zustandsverbesserung durchreinigen, 5%, wow. Ich kann sie jetzt zu Tode putzen. Krähenfeder, mh. Ich denke, ich kann das benutzen. Ja, sind unsere Freunde auch wieder da? Wo denn? naja haut ab okay das ist echt kalt es ist so kalt es ist und 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 Ich habe das eine Steak überlebt, das. Naja, also Wolfsfleisch macht nicht mehr wirklich satt, Leute. Ja, und dann gehen wir draußen gleich nochmal ein bisschen mehr von dem Fleisch holen. Seit, ähm... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin hier reingegangen. Steuert. Oh! Es war sehr nett. Ich habe ein Messer dabei. Jetzt macht es mir so ziemlich alles kaputt. Oh nein. What? All over. Hello? Oh no. Blood. It's all over. My blood. Toll. Danke. Spiel. Nein, die Fackeln nehmen. Oh man. Echt. Das war jetzt super gescheuert. Ja. Danke. Ist nämlich alles irgendwie am Arsch. Der hat mir so viel Zeug runtergerissen einfach. Ich habe keine Schuhe mehr. Nein. Sorry Leute. Das war natürlich gespeichert. Ja. Da geht es mir aber eigentlich noch ganz gut. Ich kann mich nicht fühlen. Nein, 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 nein. Uiuiuiuiui Haaaaaaa Knapp War sehr knapp So Wie lange haben wir noch? Eine Stunde hier Sehr schön Wir haben jetzt nochmal ein Fell Wo ist es? Da ist es Ja Ähm, ablegen Nein Wir machen jetzt mal hier mal so Wasser Wählen. Ja. Jetzt haben wir ein neues Wasser. Auswählen. Was können Sie eigentlich mit dem Dings machen? Ah, 32 Minuten. Ja, dann würde ich der Fasca sagen. Nächste Folge. Tschüssig ausgeben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.